Schönen guten Tag! Im heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie aus unserem Portal für Renditeimmobilien Kommentare erstellen und Inserate bewerten. Zunächst einmal sei gesagt, dass auf unserem Marktplatz für Renditeimmobilien eine Vorordnung der Renditeprojekte anhand der Userbewertung stattfindet. Mit einem Klick in diese Sternereihe sehen Sie, dass sich diese Bewertung, sofern sie hinterlegt ist, in Lage, Bauträger und Objekt teilt. Als Anschauungsobjekt für die heutige Vorführung wird das erste hier genannte Objekt gezeigt, das wir erst einmal durch einen Klick erreichen. In der Bildmitte sehen Sie nun die vier Reiter Angebote, Daten, Meinungen und Dokumente. Um einen Kommentar zu verfassen, klicken Sie bitte auf den Reiter Meinungen. Dort sehen Sie wieder die gewohnte Auflistung der Sternebewertung bzw. die Unterteilung in Lage, Bauträger und Objekt. Sie können hier jeweils für Lage, Bauträger oder Objekt eine Sternebewertung von 1 bis 5 hinterlassen. Um einen Kommentar zu verfassen, klicken Sie hier einfach in das Kommentarfeld, hinterlassen auch immer, welche Nachricht Sie hinterlassen möchten und klicken auf das Häkchen. Sobald das Häkchen geklickt wurde, erscheint der Kommentar auf unserem Portal.